Freunde, in dem heutigen Video wird die Farbe von dem Glücksrad, mein Handyspiel, bestimmen. Und wir drehen direkt das allererste Mal und schauen, welche Farbe als erstes rauskommt. Und es ist die Farbe Weiß. Das Spiel, was ich jetzt auswähle, ist Logik-Spiele-Gehirntraining. Ihr seht tatsächlich auch Platz 3 im App Store und würde ich sagen, ist ziemlich weiß. Wir laden es runter. Okay, und wir gehen rein. So, willkommen, um ein Rätsel zu lösen, ziehe Schlussfolgerung aus den Tipps. Nutze den ersten Tipp, um dein erstes Häkchen in der Tabelle zu setzen. Jacke schwarz. Achso, ach, da unten steht irgendein Text. Die Jacke ist schwarz, der Mann ist nicht braun. Der Mann in braun war um 14 Uhr am Tatort. 14 Uhr... Was? Hä? Hä? Bruder, ich verstehe doch nicht. Was muss ich denn machen jetzt? Hä? Hä? Tutorial abgeschlossen. Okay, ich probiere jetzt einfach mal das erste Level zu machen. Es gibt einen Weg von der Kantine in die Küche. Küche, Kantine. Ja. So. Es gibt einen Geheingang vom Tresor in die Bibliothek. Tresor, Bibliothek. Ja. Vom Abstellraum kann man in die Wäscherei gelangen. Abstellraum, Wäscherei. Die Gaberobe ist mit dem Ballseil verbunden. So. Gibt es irgendwas mit Garten? Nee, ne? Garten, Balkon. Hä? Bi. Wieso war das denn jetzt richtig? Oder was? Das Spiel verwirrt mich. Ich muss wieder drehen. So, Freunde. Das erste Spiel war ein bisschen komisch. Wir drehen jetzt das zweite Mal. Und als zweites kommt... Gelb. Okay. Freunde, gelb ist doch ganz klar Among Us. Okay, Leute. Es geht los mit Among Us. Und ich bin Besatzung. Und es gibt einen... Ähm... Wie sagt man nochmal? Einen Poster. Lol. Was ist das denn für eine Karte? Kenne ich ja gar nicht. Was muss ich für Aufgaben machen? Julian, warum bin ich 10.000 kmh schnell? Temperatur an... A-A-A angeben. So. 327 Grad. Aufgabe erledigt. Okay. Ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen, den... Den Sassen raus zu voten. Es sind ja nicht so viele. Beziehungsweise es ist ja an sich nur einer. Und ich habe auch nur recht wenig Aufgaben, die ich machen muss. Ja? So, Freunde. Ich muss jetzt gerade kurz weg. Es ist jetzt auch irgendwie... Wurde jetzt gerade schon gevotet? Ist einer rausgeflogen? Nee. Keiner ist rausgeflogen. Okay. Es wurde übersprungen. Alles klar. Gut. Okay. Und irgendwie ist das Licht auch noch aus. Wo sind denn meine Aufgaben? Wo ist denn die Karte? Wo muss ich denn hin? Ich muss nach unten links. Okay. Das kriege ich hin. Hoffentlich. So. Und kann mal einer das Licht hier anmachen? Es ist voll dunkel. Aber ich muss hier rein, ne? Ah ja. Hier. So. Zack. Downloaden. So. Ich will die Runde jetzt hier aber auch gewinnen, ey. So. Oh. Report. Leiche. Wer war es? Sassy Duck hat es reported. Erzähl, Sassy Duck. Und es ist... Gießen hat es auch noch drin. Wer war es? Sprich. Electrical. Ja. Hä? Wer bin ich nochmal? Ich bin Silty Bank. Ey. Ich verstehe das nicht. Wenn jetzt nicht leichter Imposter gefunden wird, dann bin ich sauer. Ich muss auch zu O2 oder so. Und irgendwann muss da mir jemand das Licht anmachen. So. Zack. Freunde. Ja. Danke. Hä? So. Ich muss nach unten. Wieso ist die Tür zu? Wieso kann man die Tür hinzumachen? Bin ich jetzt fertig? Habe alle Aufgaben erfüllt. Okay. Jetzt gehe ich einfach AFK. Notfallmeeting. Und wir haben gewonnen. Let's go, Bruder. Ich habe keine Ahnung wie, aber wir haben gewonnen. Nächstes Spiel. So. Die ersten zwei Spiele waren schon ganz interessant. Jetzt kommt Bunt. Okay. Irgendwas Buntes muss ich jetzt suchen. Okay, Freunde. Für Bunt nehmen wir jetzt einfach mal Helix Jump. Da sind auf jeden Fall das so Gelb, Grün, Blau, Weiß, Orange und Rot auf dem Spiel-Icon. Okay. Level 1. So. Ey, Bruder. Es laggt voll. Warum laggt es denn so? Oh. Speed Boost. Oh. Irgendwie ein krasser Speed Boost. Boing. Let's go. Level. Ah, ne. Hä? Level geschafft. Hä? Warte mal. Ich will nochmal ein Level machen. Wow. Alter, das war übel gut, Junge. Mal 8. Hä? Wieso war ich gerade so strong, Alter? Boah. Platz 1800. Okay, ein Level machen wir nochmal. Oh, shit. Mal 8 schon wieder. Ey, ich bin voll gut. Das Spiel war cool. Wir gehen zum nächsten. So, gerade hatten wir Bunt. Und was kommt jetzt, ist die Frage? Gelb. Freunde, ich habe das perfekte Spiel. Und zwar Brawl Stars. Aber als allererstes muss ich mir mal ganz kurz hier mal den neuen Skin kaufen. Natürlich mit Creator Code Lukas. Ihr wisst Bescheid. Wir holen uns jetzt erstmal ganz kurz hier den neuen RT-Skin. Sehr, sehr geil. Auch wenn ihr wisst, Brawl Stars soll eigentlich hier nicht auf dem Kanal kommen. Aber da fiel jetzt heute kein Weg dran vorbei. Aber wir holen uns noch einmal ein ganz kurzer Spiele-Icon. Das holen wir uns auch nochmal ganz kurz. So, und das holen wir uns auch nochmal ganz kurz. Okay. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal mit dem RT-Skin in eine Runde. Ich habe RT tatsächlich noch nicht ein einziges Mal gespielt. Ich bin da irgendwie nicht zugekommen. Bin auch aktuell wirklich die ganze Zeit irgendwie beschäftigt unterwegs. Freunde, ihr wisst Bescheid. Aber wir gehen jetzt rein. Ich bin sehr gespannt. Ich will auf jeden Fall Erster werden. Ich will auf jeden Fall Erster werden. Wenn ich hier nicht Erster werde, dann bin ich echt ein Knecht. Weil der Brawler ist, glaube ich, ziemlich OP. So. Hallo? Hallo? Ah? Hallo? Was willst du, Bruder? Was willst du? Zack! Kaputte Macht, Alter! So, jetzt gehen wir aber einmal ein bisschen hier herum. Drehe schon seit Stunden. Hier so meine Runden. Zack! Kaputt! So, Junge, jetzt ist hier meine Mom auch noch irgendwie. Oh, warte mal, kurz. So, einmal kurz zurück teleportieren. Alter, wir sehen jetzt schon ziemlich krass aus, muss ich sagen. Der Skin ist schon eine 10 von 10. Der kostet nur 29 Gems. Alter, und das Icon auch übel geil. Mir fällt gerade ein, das sind ja Bots, gegen die ich hier spiele. Also wenn ich hier verlieren sollte, dann bin ich sowieso der größte Knecht. Aber egal. So, wo bist du, Poco? Zack, zack, und... Oh! Ey, hallo! Bleib stehen! Officer Kevin unterwegs. Officer Kevin... Was ist nochmal mein Gadget? Officer Kevin unterwegs. Bumm. Let's go! Sehr schön. Damit haben wir mit RT auch einen Sieg geholt. Und Brawl Stars ist natürlich das sowieso das geilste Spiel, Freunde, ihr wisst Bescheid. Okay, wir drehen wieder am Glücksrad. Weil Brawl Stars ist natürlich auch gelb gewesen. Ich hab's gar nicht erklärt. Brawl Stars ist ja auch gelb, wie Among Us. So, let's go! Gut, ich hätte Brawl Stars auch nehmen können, bar Grau. Jetzt nehmen wir irgendwas anderes, bar Grau. Also, ne, eigentlich hätte ich Brawl Stars jetzt genommen, nehmen wir jetzt was anderes Graues. Sniper 3D ist doch ziemlich grau, würde ich sagen. Ein sehr graues App-Icon. Das nehmen wir. Okay, rotes Hemd. Ja, wo... Ist doch hier vorne, da ist er doch. Erst dein Ziel. Ja. Zoom. Okay. Und abschießen. Das Spiel ist brutal, ja? Bruder, das Spiel ist brutal, ja? Was? Was ist denn das für ein Game? Spielt ihr sowas? Das ist doch so voll gefährlich, oder? Rote Jacke. Ja, der Brie hier, ne? Und... Boosh. Voll in den Arm geschossen, oh mein Gott. Okay, Dieb. Hä? Laufender Mann. Er hier, ne? Jetzt hab ich ihn aber. Ein Schuss ging daneben. Aber jetzt hab ich dich. So. Du hast Potenzial. Ich danke dir, Bruder. Dringender Anruf. Muss ich ihn da oben killen, oder was? Oh, wird das nur Kopfschuss? Oh shit. Ins Schwarze. Kopfschuss. Ach, das war schon die Mission? Aber wir haben noch eine Mission. Gesuchter Verbrecher. Okay, so sieht er aus. Okay. Wo ist er jetzt aber, die Frage? Ah, er hier ist es wahrscheinlich. Wo treff ich da überhaupt? Oh, gerade so. Gerade so. Krass. Okay. Ey, aber das Spiel, auch wenn es aggressiv und brutal ist, ist... Also, ich finde es cool. Bin ich euch ja ehrlich. Okay, Freunde, wir drehen jetzt nochmal. Und jetzt kommt Rot. Rot. Okay, das Spiel ist, würde ich sagen, ganz geeignet. Rise Up. Das ist fast nur Rot. So, schütze den Ballon. Okay. Weg mit die Viechers. Weg mit die Viechers. Zack. Ciao. Okay, was kommt jetzt? Hä? Oh mein Gott. Wie soll ich das denn wegschieben? Das war ja übel schwer. Nochmal. Also, es waren jetzt nicht die Sachen schwer, die ich da sch... Also, das Level war jetzt nicht schwer, aber es war schwer zu checken, dass ich die Sachen so richtig weghauen muss. Weil die so schwer sind. So. Oh. Jetzt kriege ich es aber hin. Oh Gott. Oh. Hä? Bruder, wie soll ich das denn hinkriegen? Die kommen ja von überall. Noch ein Try. Noch ein Try. Okay, der Anfang ist immer easy. So. Okay. Ich will zumindest meinen Rekord knacken. Oh. Ey. Ich bin echt kacke. Sorry. Okay, Leute. Letztes Spiel jetzt. Welche Farbe kommt jetzt? Lila. Lila haben wir auch noch nicht. Okay. Dieses Spiel hat hier relativ viel Lila. Pocket Champs. 3D-Rennspiele. Die Rennen laufen automatisch ab. Sieh deinem Champ zu. Was? Bin ich das? Hä? Kann ich nichts machen? Lauf, Junge! Wieso bin ich so langsam? Ja, ob ich da als Erster geworden bin, weiß ich nicht. Die waren zeitgleich alle im Ziel. Hä? Das ist aber voll... Das Spiel sieht cool aus. Kann ich jetzt hier trainieren oder was? Krass. Jetzt habe ich trainiert. Und jetzt kann ich irgendwie so ein Power-Up mir holen. Laufen. Hä? Was ist denn das für ein geiles Spiel? Komm, noch eine Runde spielen. Hä? Jetzt muss ich dir aber full abziehen, oder? Lauf, Junge! Lauf! Ja! Ich bin Erster. Ihr Loser. Ich bin viel schneller als ihr. Let's go! Nochmal Training. Komm. Geh ein bisschen schwimmen, Junge. Ich habe Laufen 2, Schwimmen 1, Aufsteigen 1, Fliegen auch 1. Jetzt habe ich Schwimmen anscheinend gemacht. Schwimmpunkte. Jetzt habe ich Schwimmen 2. Hä? Wieso ist das Game so cool? Muss ich jetzt schwimmen? Ah, Leute. Jetzt kommt so eine kleine Disziplin Schwimmen dazu. Und ich muss nichts machen. Krass. Der macht das alles von alleine. Aber gerade bin ich nur Dritter? Nein! Nein! Kann ich irgendwas... Ich kann ja nichts machen, ne? Schade. Aber ich muss jetzt genau bei... Ja. Ich habe genau meine erste Kiste. Hä? Wieso ist das Spiel so cool? Schuhe. Ich habe Schuhe bekommen. Kann ich die denn jetzt ausrüsten? Habe ich die einfach? Ich kann jetzt noch ein Training machen, wo ich nach oben kletter. Übelgeil. Die Frage ist, was bringen meine Schuhe und wie muss ich die aktivieren? Habe ich die jetzt einfach? Ich denke mal, ich habe die jetzt einfach. Okay. Komm. Habe ich jetzt auch so kleine Schülchen an? Ich hoffe doch, dass ich so kleine Schülchen an habe. Ja! Let's go! Bruder Schuhe OP! Oh mein Gott. Ich bin voll mit Abstand der Erste. Ey. Das Game ist übel cool. Ich feiere das Spiel. Geisteskrank. Übel nice Spiel. Und jetzt haben wir so eine Schwimmausrüstung. Ey. Ist das geil. Freunde. Ich würde sagen, das war es jetzt hier mit dem Video. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Spiele fandet. Und bis dann. Tschö.